So, ganz klar, habt ihr da gewählt, das Böse. Komm mal her! Jetzt bist du tot. Ja, ksch, 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 ksch. Komm her! Hör mal, ich hab dich damals auf der Playstation 2 schon kaputt gekriegt. Hm, genau! Hab dich schon tausendmal besiegt. Schau ich das jetzt auch. Hopp. Hm. Mit der Tastatur ist das einfach schwieriger als mit Game Pit. Ja, komm du Atmer! Hm, oh! Ist immer hart geworden! Hm, Hauptsache er kann alle meine Sachen blocken. Hunger! Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich guck jetzt, ob ich noch Upgrade-Punkte hab und dann upgrade ich schnell alles. Ja, genau. Was haben wir denn noch hier? Blitzschild. Ich verwende den Blitzschild jetzt gleich mal. Na ja, ne? Jederrang schlechten Schaden, dann ist Lichtschwert... ...eederrang fährt die Zeit... Ne, dann mach ich noch völlig schwit. Die Menge haben wir die zur... Na, okay Machen wir das einfach Und dann noch bei Kampf-Kombos Irgendeins, ich glaube, ich habe alle Bis auf Wurf Boah, die sind alle immer so kompliziert, ne Ach komm Nehmen wir das Ja, äh, will ich jetzt nicht mehr So, jetzt willst du sterben Ich habe neue Kombos Ach, äh, ich habe mich aufgefrischt Ja, so, ich hoffe schon wieder Ey, da seid's Oh, Licht, Blitzschild, Blitzschild Hm, hm, hm Lass es Hey, da, lass es Hör mal Alles, was ich habe Hauptsache Oh Ach Haha Weißt du, wer jetzt tot ist? Du Warte, lass mich hier mal eben umgucken Hier ist bestimmt noch irgendein Volokorn, nein, das ist nicht Hm, Hauptsache du willst jetzt noch Kombos machen Guck mal, jetzt auf einmal der richtig stark Und, äh, und Ey Hier, das kriegst du zurück Komm, du Atmer Ich mach's jetzt Ich mach's zwar auf die Low Sache, nur mit Macht Aber Anders kriegt man ihn ja irgendwie nicht im Arsch Und wie der einfach keinen Schaden durch diese Angriffe nimmt Boah, jetzt gehst du Ich's mit Hey, lass es doch mal Ja, genau Boah, jetzt Hier, kassier den Jetzt finische ich dich Oh, ist er alt und schwach Guck mal, da kommt der Endboss Der dich hochnimmt Ja, ich nehm ihn hoch Jetzt schleudere ich dich genauso Durch den Todesstern wie dich Wie du dich Du, mich Durch deinen Schiff So Einmal dein Schwert Und einmal mein Schwert Haha, Vader tot Exzellent Lord Vader War am Ende Nur noch ein Schatten Seiner selbst Ich wusste, dass du ihn ersetzen würdest Es gibt allerdings Noch eine letzte Prüfung Oh, Mathe Löse dich endlich Von den Jedi Dann wirst du schließlich Ein Lord Der Sith sein Los, strecken wir den alten Mal nieder Oder Doch nicht Du hast deinen Meister Und deine Freunde Verraten Mal rein auf Roboter Ich wollte, dass du auch mich Verraten würdest Und nun Hast du dich Und deine Freunde Zum Untergang Verdammt Hauptsache ich kann da draußen Im Weltraum atmen No 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 Die deutsche Sprachsynchro War ja nicht mehr vorhanden Du hattest großes Potenzial Du hättest mein Nachfolger sein können Ja ebenbürtig Aber nun Doch ich habe vielleicht Verwendung für dich Ich habe noch Feinde zu suchen Und zu vernichten Du Wirst mir dienen Bis ich einen neuen Schüler finde Und dann Genau wie Vader Wirst du abgesetzt werden Ich kann dich nachdringlich noch töten Oh mein Gott, voll ins Auge Yeah Fertig Naja das Spiel ist doch nicht Bände Das ist ja Ultimate Civ Edition Deswegen Lass ich euch jetzt hier mal so einen Link Da könnt ihr draufklicken Und könnt zum ersten Part von Der Ultimate Civ Edition kommen Die ja direkt an das böse Ende Dranknüpft Perhaps Quan Tanten Lieber Die ja Die ja